Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 12. Juli. Heute dabei YouTube, Sonos, Opera, Ledger und Öffi. Beginnen tun wir mit YouTube. Die haben ein neues Tool für ihre Creators und zwar das sogenannte Copyright Match Tool. Das ist ein Tool, was Re-Uploads erkennen soll, also sprich Videos, die schon auf YouTube sind, die sich Leute runtergeladen haben, um sie dann wieder auf YouTube hochzuladen und so gegebenenfalls von der Kreativität anderer zu profitieren. Das Ganze funktioniert einfach so, dass wenn jetzt ein neues Video hochgeladen wird, dieses Tool direkt checkt, ob das gleiche Video oder ein sehr ähnliches bereits auf YouTube ist und dann informiert es den Creator, der das Originalvideo oder beziehungsweise der die erste Version dieses Videos hochgeladen hat und der kann dann entscheiden, wie es weitergeht. Beispielsweise kann er sogar sagen, ja ist in Ordnung, ist mein Video, aber kann der ruhig hochladen. Ebenso kann er in Kontakt treten mit dem anderen Creator oder halt auch einfach YouTube bitten, das Video zu entfernen, denn er hat die Rechte da dran. Gute Sache für ein durchaus größeres Problem, denn gerade Re-Uploads, aber auch Cross-Plattformen, also von YouTube zu Facebook oder Facebook zu YouTube, sind wirklich ein Problem. Ja, was kein Problem mehr ist, das ist jetzt die Nutzung von Airplay 2 auf Apple-Geräten mit Sonos zusammen. Gute Nachrichten, viele haben darauf gewartet, die Sonos kann jetzt auch Airplay 2. Allerdings nur die neueren Sonos-Geräte, also die Sonos One, die Sonos Beam, die Playbase und die Play5. Die, ja, alte Rutsche von Sonos-Geräten und die ganz alten sowieso, die können nicht Airplay 2. Schade, aber war dann wahrscheinlich technisch nicht möglich. Ansonsten, wie gewohnt, die Lautsprecher tauchen dann als Räume auf, wenn man entsprechend sein iOS-Device nimmt und man kann dann halt seine Musik drauf abspielen. Nächstes Thema, Opera. Der Browser, der für viele eine Alternative ist zu den angestammten Firefoxen, Chromes und Safaris dieser Welt, der hat ja öfters mal, wenn er ein Update bekommt, neue Funktionen, die jetzt nicht unbedingt so browsertypisch sind und genauso ist auch die aktuellste Zusatzfunktion, das ist nämlich ein Crypto-Wallet. Also ein Wallet, wo ihr eure Kryptowährungen drin speichern könnt und das direkt im Browser integriert. Ja, ob man das machen möchte, das überlasse ich mal jedem selber. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, denn wenn die Dinger da gespeichert sind und der Computer ist weg, dann ist es auch weg, wenn man kein Backup hat. Ja, aber jedenfalls, es gibt jetzt ein Crypto-Wallet in Opera und Opera bewirbt das halt auch mit der Logik, dass sie das Internet als Interface für das dezentralisierte Web 3.0 sehen und deswegen auch von vornherein aufgestellt sein möchten, um mit Krypto-Technologien umgehen zu können und da wäre das Crypto-Wallet halt der erste Schritt. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist. Also ich würde es nicht tun, aber ihr könnt es euch ja mal angucken, wenn es euch interessiert. Was ich allerdings mache, ist, ich habe ein Hardware-Wallet, also sprich ein Crypto-Wallet als USB-Hardware-Device und das ist von der französischen Firma Ledger. Und die haben bislang auf Google-Chrome-Apps gesetzt, mit denen dieses Crypto-Wallet befüllt wurde zum Beispiel. Und das war schon eine kleine Pain, denn diese Chrome-Desktop-Apps sind jetzt auch nicht wirklich der Brüller und flexibel sind sie natürlich auch nicht, man ist auch auf den Chrome angewiesen und all das hat sich jetzt geändert, denn die Firma hat sich endlich dazu entschlossen, eine eigene App rauszubringen und zwar für macOS, für Windows und für Linux und hat somit ein eigenes Crypto-Wallet, was man einfach ganz normal installieren kann, wie auch viele Konkurrenz-Wallets, die es so am Markt gibt und natürlich kann man damit auch sein Hardware-Wallet von der Firma Ledger dementsprechend auch befüllen. Gute Sache, die meiner Meinung nach schon lange überfällig war und für alle die, die das Hardware-Device haben, die können es sich angucken, alle anderen natürlich auch, denn es ist immer noch ein stinknormales Crypto-Wallet, was man nutzen kann. Ja, und was man auch nicht wieder nutzen kann zurzeit, auf jeden Fall noch immer noch nicht durch den Google Play Store, ist Öffi. Da hatten wir ja vor kurzem darüber berichtet, Öffi ist aus dem Play Store rausgeflogen, keiner wusste erst so richtig warum. Man konnte Öffi, also eine App, wo die ganz viele Daten der öffentlichen Verkehrsbetriebe in Deutschland sammelt und dann zur Verfügung stellt, weiter über die Webseite des Entwicklers installieren und auch über andere Android-Marketplaces, aber eben nicht über den Google Play Store. Und der Grund ist wohl ein Spenden-Button, der in der App drin ist, der allerdings auch im Play Store ausgeblendet wird, denn dort ist der nach den Richtlinien nicht erlaubt. Und in den anderen Orten oder auf einer Webseite, wenn man es sich installiert hat, da wurde halt dieser Button zum Spenden eingeblendet und jetzt ist die große Vermutung, dass Google das einfach gesehen hat im Code und es ist halt gegen die Richtlinien fertig aus. Oder aber auch, dass Leute, die das selbst im Play Store installiert hatten, durch einen Backup den Button auf einmal dann doch angezeigt bekommen haben. Also es ist ein bisschen verwirrend, aber es scheint wohl so zu sein, Google hat ihre Richtlinien und der Entwickler von Öffi hat die einfach in Anführungsstrichen nicht korrekt umgangen, denn er hätte zum Beispiel auch einfach mehrere verschiedene Versionen der App zur Verfügung stellen können. Eine wirklich komplett ohne Spenden-Button für den Play Store und eine Version für alle anderen Orte, wo der Button immer drin ist. Und ja, das hat er nicht gemacht. Vielleicht macht er es noch und dann wird er wahrscheinlich auch wieder in den Play Store aufgenommen. Und wenn das so ist, dann werden wir euch natürlich informieren. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Vorletzter Tag der Arbeitswoche, wie ich immer sage. Also Donnerstag, habt einen guten Tag. Kommt gut zur Arbeit, gut zur Schule oder was auch immer ihr macht. Und ich hoffe, wir hören uns zum Ende der Woche morgen dann noch einmal wieder. Bis denn, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.